Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs übernehmen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Übernimmt, übernahm, hat übernommen. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich übernehme. Du übernimmst. Er übernimmt. Wir übernehmen. Ihr übernehmt. Sie übernehmen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich übernahm. Du übernahmst. Er übernahm. Wir übernahmen. Ihr übernahmt. Sie übernahmen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe übernommen. Du hast übernommen. Er hat übernommen. Wir haben übernommen. Ihr habt übernommen. Sie haben übernommen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich übernehme. Du übernimmst. Er übernehme. Wir übernehmen. Ihr übernimmt. Sie übernehmen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich übernehme. Du übernähmest. Er übernähme. Wir übernehmen. Ihr übernähmet. Sie übernehmen. Den Schluss macht der Imperativ. Übernimm du. Übernehmen wir. Übernehmt ihr. Übernehmen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb übernehmen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zz.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.